Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zur nächsten S04-Analyse und heute blicken wir auf eine sicherlich sehr, sehr wichtige Position, wo wir nochmal Neuzugänge benötigen und zwar auf die Innenverteidigung. Ko Itakura ist weg, Malik Chau könnte auch noch gehen. Ich denke mal, wir sind uns einig, dass wir damit unsere zwei besten Leute verlieren bzw. teilweise eben schon verloren haben. Es bleiben natürlich noch einige Spieler übrig mit Margin Kaminski, Marius Lode, Leo Greimel oder auch Ibrahima Cissé. In dem Fall der Fälle eben, dass Malik Chau dann auch weg wäre und an sich wäre man dann für eine Viererkette erst einmal breit genug aufgestellt. Aber meiner Meinung nach nicht gut genug und deswegen muss hier auf jeden Fall noch mindestens ein neuer Abwehrspieler her und dafür habe ich 0,4 Kandidaten gefunden, die wir mal gemeinsam durchgehen. Der erste ist Eray Köhmert vom FC Valencia. Ich habe auch ganz bewusst mir einen Namen rausgesucht, den man bislang noch nicht wirklich auf Schalke gehört hat und Eray Köhmert gehört sicherlich dazu. 24 Jahre alt, gebütiger Schweizer sowie auch Nationalspieler der Schweiz ist er im Winter erst zum FC Valencia gewechselt. Natürlich sagt ihr jetzt, ja gut, warum soll das schon wieder gehen? Ja, weil es bislang noch nicht so richtig funktioniert in Spanien. Von 16 möglichen Rückrundspielen hat er gerade mal 8 Mal auf dem Platz gestanden, meistens auch sogar nur als Joker. Generell ist aber Köhmert ein wirklich spannender Abwehrspieler von seinem Profil her. 1,83 Meter groß, sprich nichtmals der größte, aber dadurch ähnlich wie Kohitakura mit einem wirklich guten Tempo, einer guten Beweglichkeit und auch relativ stark am Ball. Seine Stärken hat Köhmert aber vor allen Dingen in der Balleroberung. Er ist sowohl stark am Boden mit Grätschen, aber eben auch extrem stark in der Luft, weil er eine ordentliche Sprungkraft mitbringt und ackert wirklich die gesamte Spielzeit. Und deswegen finde ich, ist Erik Köhmert ein wirklich sehr, sehr interessanter Kandidat, bedingt natürlich durch den frischen Wechsel zu Valencia und eines Vertrages bis 2026, aber nur per Laie mit möglicher Kaufoption. Dadurch wäre es aber sicherlich auch gut zu finanzieren. Den nächsten Spieler kennen sicherlich einige von euch und ich glaube, es ist auch ein Name, den schon viele Schalker mal so durchgesponnen haben, inwiefern er auf Schalke funktionieren kann. Patrick Pfeiffer vom SV Darmstadt 98. 22 Jahre jung, ein wirklicher Fels in der Brandung, natürlich auch Innenverteidiger und für mich ein super spannender Kandidat generell für die Fußball-Bundesliga. Ich traue ihm diesen Wechsel auf jeden Fall zu. Ich bin ein großer Fan von Patrick Pfeiffer, weil er einfach sehr, sehr viele Dinge kombiniert. Er ist 1,96 Meter groß, damit sollte schon mal klar sein, wo seine Stärken liegen. Er ist unglaublich physisch stark, hat aber trotzdem ein wirklich richtig gutes Tempo und ist beidfüßig, was ja auch fürs Aufbauspiel nicht so verkehrt wäre. Patrick Pfeiffer ist jetzt für mich kein 1 zu 1 Satz für Kui Takura. Er ist ein anderer Spielertyp, das darf man ihn nicht vergessen. Für mich wäre er vor allen Dingen dann interessant, wenn Malik Chau geht, weil ich ihn dann schon auch in der Rolle ungefähr sehen würde. Bedingt dadurch, dass ein Vertrag bei den Lilien nur noch ein weiteres Jahr läuft, ist er sicherlich für weniger als 2 Millionen Euro zu haben und ist für mich ein unglaublich spannender Spieler, den ich sehr, sehr gerne auf Schalke sehen würde. Kommen wir nun zu einem Namen, den man vielleicht auch nicht wirklich kennt und das ist Ayham Osu von Slavia Prag. Auch er ist noch ein junger Innenverteidiger, weil ich finde, bedingt durch Kaminski und Lode haben wir schon eine gewisse Erfahrung in der Verteidigung und Osu ist eben dann auch eben ein wirklich spannender Kandidat. Er ist schwedischer U21-Nationalspieler, spielt wie gesagt bei Slavia Prag, ist auch dort gesetzt und hat noch einen langfristigen Vertrag. Sprich, da muss man auf jeden Fall ein bisschen was auf den Tisch legen. Sein Marktwert beträgt aktuell 1,5 Millionen. Also, Osu kann auch sogar als rechter Verteidiger aushelfen, ist 1,86 Meter groß und bringt ein sehr, sehr spannendes Gesamtpaket mit, denn er kann defensiv eigentlich alles. Er ist sehr, sehr stark im Zweikampf, bringt aber auch ein gutes Tempo mit, ist stark am Ball und bringt einfach wirklich das Gesamtpaket eines Innenverteidigers mit. Und deswegen finde ich, ist auch Ayham Osu ein wirklich sehr, sehr spannender Kandidat, den man bislang vielleicht auf Schalke noch gar nicht gehört hat. Auch er ist jetzt keiner, den man wie Itakura flexibel auf der Innenverteidigerposition und auf der 6 einsetzen wird, sondern eben ganz klar als Innenverteidiger einplanen müsste. Aber wenn man jetzt so hört, mit welchem System Frank Kramer spielen wird, finde ich sogar, dass so eine Lösung auch wirklich sehr gut passen kann. Wenn man aber dann einen wirklichen 1 zu 1 Ersatz sucht, dann stößt man sehr, sehr schnell auf Sandro Lauper. Und ich glaube, das ist ein Name, den viele von euch schon gehört haben, den man vielleicht auch schon mal ja auch durchgesponnen hat für Schalke 04, weil er ist eben so ein Spieler, der wie Ko Itakura als Innenverteidiger und Sechser funktionieren kann. Und wiederum, das macht ihn für mich auch so spannend. An sich brauchen wir zwar nicht genau so einen Spielertypen, weil wir eben wahrscheinlich nicht mit Dreierkette agieren werden. Aber wir wollen ja, wenn es zumindest passt, wohlmöglich auch nochmal die Sechserposition verstärken. Und Sandro Lauper könnte uns dann eben defensiv flexible Lösungen anbieten. Zudem bringt er auch schon einen gewissen Erfahrungsschatz mit. Er ist mittlerweile 25 Jahre alt, hat natürlich damit auch das Potenzial, sich noch weiter zu verbessern, ist aber eben auch schon seit sieben Jahren im Profifußball mit dabei, was natürlich auch für den Bundesliga-Abstiegskampf nicht schaden kann. Der Schweizer kann von Innenverteidiger über Sechser, sogar Achter spielen, war zuletzt bei den Young Boys Bern auch gesetzt und ist sicherlich aber auch trotzdem zu finanzieren. Zwar läuft sein Vertrag noch bis 2025, also da kann man jetzt nicht irgendwie mit aushandeln. Der Vertrag läuft bald aus, wir kriegen ihn günstiger. Das ist sicherlich nicht möglich, aber sein Marktwert beträgt 1,5 Millionen. Ich denke mal, viel mehr als 2 Millionen sollte man dann nicht zahlen müssen. Und wir reden ja vor allen Dingen jetzt von einem Spieler, den man unbedingt haben möchte. Wenn man eben dann den Typen auf jeden Fall haben möchte und ich glaube schon, dass dafür noch ein bisschen Transsevici übrig ist. Natürlich ist auch klar, sollten dann Arit, Kabak, Matondo oder auch Chau gehen, wird sicherlich nicht das Geld 1 zu 1 reinvestiert, aber sicherlich noch mal ein bisschen mehr in die Mannschaft investiert werden können. Und wenn man dann eine Chance hat, Sandro Lauper zu holen, möglicherweise als Kuhita-Kuran-Nachfolger, auch als möglicher Sechser, dann finde ich das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, weil er eben wirklich als Spielertyp da schon sehr, sehr gut reinpasst. Er ist wirklich schnell für einen Verteidiger, ist unglaublich stark am Ball. Also er spielt super Bälle, hat ein sehr, sehr gutes Drehbling, eine wirklich gute Ballkontrolle, bringt uns somit auch eine gewisse Sicherheit und Ruhe in die Defensive rein, aber hat sich eben auch die letzten Jahre in Sachen Zweikampf, in Sachen Mentalität wirklich sehr, sehr weiterentwickelt, besticht auch da durch eine sehr, sehr gute Zweikampfführung. Meistens eben auch wirklich sehr, sehr fair, ist jetzt keiner, der wirklich immer reinhaut, sondern er macht es einfach taktisch immer sehr, sehr klug und deswegen ist auch er für mich ein super interessanter Name für unsere Innenverteidigung. Und somit waren das mal meine 0-4-Vorschläge für einen neuen Innenverteidiger. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich bin der klaren Meinung, hier müssen wir nochmal nachlegen. Natürlich gibt es auch immer wieder Überraschungen in den Vorbereitungen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Ibrahima Cissé guckt, vielleicht ist er auf einmal so gut, dass er sich festspielt. Er hat es immer schon gegeben, das kann es sicherlich auch bei uns geben, aber bedingt durch Leo Greimel, der ein bisschen sicherlich noch brauchen wird und noch nie Bundesliga gespielt hat, durch Kaminski, der vielleicht nicht optimal ist für die Bundesliga und Marius Lode, der bislang nicht mehr ist als ein Backup, würde ich hier auf jeden Fall schon nochmal nachlegen und einen neuen Spieler holen. Klar ist aber natürlich auch, es muss ins Budget passen. Deswegen habe ich hier auch ganz bewusst mich für Namen entschieden, die vielleicht eher kleiner sind und nicht über die allzu große Bundesliga-Erfahrung verfügen, aber ihre Qualitäten eben schon in anderen Ligen und Ländern gesammelt haben, wodurch sie auch für uns eine Verstärkung wären. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf! An alle Schalker!